heute was soll drin sein was soll da ein kurs drin sein also kommen das wird doch niemals das wird doch jetzt niemals aber richtig krass werden das wird noch mal so viel zeit reinstecken wie bei den ganzen paketen bisher hat keine wohnung dass dann noch mal so viel zeit reingehen wie bisher wird nicht passiert heute wir machen auf guck mal war zum ersten mal etwas live im stream hier auf ihr wisst immer die eigene richtung schneiden auf gar keinen fall ist gefährlich das kann nur einen 24 wichtig ist offen jetzt ganz feucht noch mal oben hier einmal rein da ist da jetzt niemals was krasses drin jeweils ich werde aber wissen wie aufgeregt seid ihr gerade ihr habt euch den ganzen save auf diese reaktion jetzt gefreut wie aufgeregt seid ihr genau so mit 10 von 3,67 alles klar und hier wenn konradi schon den chat schreit dann weiß man schon ok konradi der jetzt kann wirklich hippen liegt wahrscheinlich ist konradi gerade drauf gestanden vor seinem pizze nach so jungen anime jetzt geh rein da jetzt geh rein da ich wills jetzt sehen konradi der kann nicht mehr der schwitzt am ganzen leiden liegt ja bis hierher oder bin ich das immer noch kann auch sein so freude das ist jetzt der moment auf den wir die ganze züge wartet haben ich bin gespannt was ist das das ist eine nintendo ds verpackung das bin ja ich hä 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 was ist das das ist original nintendo ds habt ihr ein eigenes spiel von mir entworfen guck dir das mal an mit den vierecken ich muss das gerade einmal der richtigen kamera zeigen wartet mal ich sage euch einmal die rückseite einmal hier ganz ganz viele twitch emotes also ganz ganz viel mal das twitch zeichen das bin einfach ich das bin einfach ich wie ich hier durch so eine vierecke wegjumpe wie cool ist das denn wie cool ist das ich glaube ich kann schütteln hoch der hopperland da sind einzelteile drin was ist das das ist nur ein space dick und da ist safe ein virus drauf animike the game heißt es tatsächlich ist klar was ist jetzt nicht retalk einfach ins spiel oder das ist jetzt echt ein richtiges game habe ich habe jetzt spiel von mir entwickelt wie heute so sieht der aus vor allem einfach dieses twitch im hintergrund die ganze zeit guckt euch das mal an überall hier zwitsch sieht alles eine animaic the game m hätte groß geschrieben werden müssen finde ich nur zu klein ist nur so klein ich muss nur mal kurz sagen bin ich bisschen schade aber gut shop darf in den shop gehen ja ich nicht so laut du stirbst dann shop einfach alle haf haben die ich dieses jahr gekündigt habe jahreszeit mäßig jürgen wie krass ist das denn okay will ich gerade aktuell grün aktuell grün die koste aber vier ja 35 werden 0 weil ich bin schlecht im game was geht zum ansprichdrücker bitte jürgen ist doch auch immer stehst du da so sammle vierkern um dir im shop skins kaufen zu können danke moin mit auge kann sich bewegen hey ich habe ich habe einen feiert hast du nicht was die kassen halt mit space miner kannst du springen wichtig space space miner jurgie guck mal jurgie wie sieht so geil aus mit der linken maustaste kannst du im boss der gegner anschreien um ihm schaden zu zufügen du kannst jeden level 3 bis andere objekte sammeln eines davon bekommst du wenn du das level erfolgreich abschließt kümmern was spring war so vor jurgie ist der deutsch journal aber müsste nicht eigentlich sound sein ich höre doch keinen sound nein jurgie das muss ins christmas spiel ich steig fest jurgie ich war dem tote gemeinschaft festgehoben so komm jetzt aber jetzt jurgie da muss ja perfekt heimung da rein zu springen was ist das denn jurgie was ist das denn jurgie das geht nicht du kommst da nicht rein was soll das du kannst du nicht rein mit ducken wie soll ich mich denn in der luft ducken es ist zu viel bei hier nur wichtig wichtig ich bin so schlecht in sowas am pc ich kann das mit controller spielen aber nicht am pc checkpoint jurgie ganz ganz wichtig ganz ganz wichtig was kann ich schreien eigentlich ne schreien kann ich dann nur mit boss fight anschein hä 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 was willst du von mir wie wie soll ich es denn machen das geht nicht das geht nicht wichtig bomb junge wichtig 4 minuten 9 sekunden das highscore kann mir keiner erzählen dass jemand schon einen höheren highscore hatte als ich komm kannst du mir nicht erzählen ich war ja so jetzt zeigt mir ja wie läuft denn der Aal hier so wichtig wichtig vier Ecke sammelt sich natürlich alle ein ne vier Ecke werdet du boah habt ihr den gesehen ah nein ich hätte springen müssen so guck mal hoch hinaus hoch hinaus wichtig wie soll ich da hoch zu dem meteorit kommen boah guck mal das ist ja der mond das ist ja der mond wo ich beim off stream mal hingehe ja das ist wichtig was das sollte die bote hätte auch viel am nächsten mod im hintergrund besucht keiner sein vor allem so hinterkunft auch ein bisschen mit mir das ist ja mega jetzt kann ich wirklich sagen so mein lieblings game animale game weißt du wenn du immer so gefragt ist von so leute nur kennenlernen welches spiel magst du am meisten denkt so okay brett spiel hier verstecken oder fifa oder gta ist so anime anime game ich spiele anime game ich wusste nicht mal das hat konradi wahrscheinlich entwickelt oder kreis du hast entwickelt ich wusste nicht was hier das könnte so krass junge was geht komm ich da hoch ja wichtig ich hab ein eigenes spiel entwickelt wichtig wichtig jetzt mal kurz mal ganz ganz real talk ich habe ja schon oft gesagt guck mal was wir schon erreicht haben mit hier anime 24 wir haben 340 follower gerade oder so keine ahnung die genaue zahl ich habe schon so viel backstage erlebt ich hab letztens in einem kumpel von dem einen erzählt was du erlebt habe hier backstage was da alles so ab ging was man schon für stories erlebt hat was man schon alle kennengelernt hat was für leute man schon getroffen hat was schon alles schief gegangen ist backstage alles mögliche so und diese person kannte jemand anderen der 12.000 follower hat auf twitch also 250 zuschauenschnitte und so zeug und der meinte junge der hat keine story die da mithalten kann was ich sie da als enttelt habe hier mit ins künste auch kennengelernt die hochzeit und so darauf soll ich dir gar nicht kennen im stream weil man die einfach nicht erzählen kann im stream weil das genau zu privat ist was da teilweise ab ging im stream und auch einfach zu krank war der backstage aber heute ich habe mein eigenes videospiel wer kann das sonst nicht behaupten dass man eigenes videospiel hat junge was geht ich habe anime game junge was bringt das raus ist auch zocken ein paar sekunden später wie lange muss ich denn hier da warten bis man so ein aufzug runter kommt was das denn für ein aal so kann man auch im stream in den länge ziehen ne? richtig? jaaa ihr seid doch auch sadisten ne? also jetzt mal real ich hätte ja wirklich mit allem gerechnet weil Rauchel nur hat mir einmal nach dem stream geschrieben ey kannst du mir auch hier fürs fanpaket mal so ein paar memos machen wo du so Möll sagst das heißt ich wusste das ist irgendwas mit mp3 und so ich habe der street talk alles drin erwartet ich dachte okay was kann man machen mit dem audio irgendein buzzer oder so wo ich so drauf drücke ich hab so ein buzzer wo ich so Möll drücken kann ich hätte sogar eine actionfigur war ich hätte echt gedacht aber hier ist so eine actionfigur drin wo du so hinten drauf drücken kannst dann sag ich Möll ich hab alles den Jungs zugetraut alles zugetraut aber ein Spacemider auf ne fliegende kurka Spacemider hat es geschafft mit dem 1,20 shirt ich muss später verpacken das ist legendär Moin Jungs das ist das beste was ich je gesehen habe mein ganzes Leben ich sag das die ganze Nacht irgendwie ist mir kommt ne egal mit schlafen und so es ist so legendär Leute es ist so legendär ich komm nicht drauf grutschen Ey das sieht so geil aus wirklich auch wie ihr meine Haare bekommen habt wirklich dass auch diese Striche so drin sind und die nicht komplett grün sind die Haare wirklich ey Respekt an euch wirklich Respekt an euch So warte man hier hier schon falsch oder was aber hier ist doch nichts Hier hab ich nix Wo soll Ah guck mal hier da ne Ah Wichtig Wichtig Checkpoint ganz ganz wichtig Nein So blöd Du drückst keine Leertaste so blöd Ja ne komm wenn dann ganz wenn dann ganz runter komm Meee Meee Also Yeeeow Warte mal Hä, wie? Ah Wichtig So blöd kann doch keiner sein So blöd kann doch keiner sein Das gibt's doch nicht Nein, doch wieder, das gibt's doch nicht, Junge, wo ist mein Timing jetzt hin? Das kannst du doch wirklich keinem erzählen, was hier gerade passiert Mann, ich hab das doch beim ersten Mal geschafft eben Ja Ja, 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 wichtig Ey, solange ich nix krass, komm ins Leiden und so bin ich nicht glücklich Weil Sliden geht nicht mit Meistersung, so, mein einziges Manko, bis jetzt An dem Game, dass man sich mit Meistersung leiden kann Nein Skills Wichtig Wichtig Boah, Junge, ich persönlich bin krass Ich bin so krass, bin der Beste na So, jetzt Sliden Zack Nein Mann! Ey Freunde, warum haben wir das nicht morgen? Morgen hätte ich echt Open End machen können, ne? Warum haben wir das nicht morgen aufgemacht, den Aal? So, komm, wichtig. Wichtig! Wichtig, okay, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Komm, ein Viereck. Viereck ist da, Viereck ist da, wichtig. Noch ein Viereck, jawohl. Oh, guck mal, jetzt hab ich ja echt einen Run hier. Wow, 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 wow. 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 Nur 20 Minuten, 21 Sekunden, Rekord. Rekordstab, ich hab irgendwo einen Akkuschrauber versehen. Wo hab ich Akkuschrauber versehen, kann nicht sein. Bosnive1, Bosnive1-Kling. Was? Ich bin in dem Stadion und die hat nicht mehr kommt, der läuft. Ich kann, 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 ich kann. Ja, Junge, komm. Ich komm, der cheatet doch, der cheatet doch, der Junge. Oh, wichtig. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, nein, ich war so kurz am Morgen, wie? Moin. Oh, nein, ich war so kurz am Morgen. Oh, nein, ich war so kurz am Morgen. Oh, nein, ich war so kurz am Morgen.